also als allererstes mit der hand hier so dahinter hier festhalten und dann holen sie sich ganz langsam den filterkopf so schräg nach oben so wenn der jetzt so steht dann haben sie hier diese membran bitte diese äußeren ringe mit dem beiliegenden fett einfetten hier um das ist wichtig dann geht es besser jetzt nehmen sie die patrone dass das etikett leicht nach hinten zeigt setzen die so rein drücken an und fangen an das ganze gerade rein zu drehen so jetzt klappt das dann können sie das noch mal ein bisschen hin und her machen aber wirklich das muss dann leicht gehen irgendwann gerade rein drehen bis diese zwei pfeile hier sozusagen gegenüber stehen und wenn das der fall ist dann können sie die filterpatrone runter klappen und können den deckel drauf machen dann können sie stoppen